Mit der Kampagne Clever-Klicken haben wir für die Sicherheitsloh ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Wir sind froh, dass wir die Konten thematisieren können. Wenn wir die Leute ganz schnell Infos kennen können, können sie E-Mails erkennen, die sie auf falschen Internetseiten verlassen, dafür, dass sie auf Internetseiten auch direkt verstehen, ob sie sie hier privat antypen sollen oder nicht. Danach finden wir in verschiedensten Formen und dafür haben wir die Kampagne auch über Mente gestaffelt. Auf jeden Fall kann man ein Dossier finden, wo die Informationen nachher kommen. Aber wenn man im Detail kann, kann man die verschiedenen Informationen informieren und tippen, an denen man sich dann noch zukünftig anschauen kann. Man kann auch noch ein Raffellen und eine Genesung auch so, dass verschiedene Partner im Land auch die Informationen haben, an denen man sich anschauen kann. Ich bin ganz froh, dass bei dieser Kampagne so viele Städte-Strukturen, sie haben auch SPL mitgemacht und die Unternehmen mitgemacht, um die Menschen zu erklären, und dann um Terence zu unterstützen, um die Leute zu kreieren. Wo Ihr kreieren? Wobei die SPD-B shaving Labude dich ist? Wo ist die Wahrheit aus教en? Dann willkommen da etwas Atme gegen mich?